Das Problem bei Olaf Scholz ist ja, man riecht ja den Angstschweiß. Also Putin spürt ja, dass da ein ängstlichter, verzagter Mann die größte Nation Europas führt. Und das ist nichts, was ihn am Ende beeindruckt. Also wer jemanden wie Putin beeindrucken will, der muss stark sein, der muss Stärke auch ausströmen und der muss vor allem mit seinen Partnern gut zusammenarbeiten. Das alles macht Kanzler Scholz kaputt. Und auch die Partnerschaft mit Frankreich, mit dem Vereinigten Königreich, Geheimnisse werden einmal eben beiläufig ausgeplaudert. Und die Ukraine, die auch unsere Freiheit verteidigt, jeden Tag seit über zwei Jahren bekommt nicht die Unterstützung, die sie bräuchte, um das auch leisten zu können. Das ist in jeder Hinsicht ein Volldesaster, was der Kanzler da in den letzten zwei Wochen angerichtet hat.